So und damit herzlich willkommen zurück Ja, ich war jetzt hier drei Minuten im Menü So und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Hier bei mir Dem Vollidioten, der nicht mal springen kann Und ja, ich hab mir nochmal meine Folge angeguckt Und hab dann gemerkt Warte mal Du hast ja Hier Diesen Schalter, der da gerade neben uns war Den hast du ja betätigt So und Da war Feuer Und ja Jetzt sehe ich es auch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja, war keine gute Idee Merke ich selber Was mache ich denn? So Egal Die Frage ist, wie soll ich da Nein, wie soll ich da Ich komme da ja nicht vorbei Was ist denn das? Was soll ich das? Mögen What do you do? Was wird gehen wir hier hin? Ah, läuft. Oh ne! Ihr wollt... Ok. Da wollte mich jemand aber mal richtig verarschen. Ah, und ich weiß wo wir sind. Ja, da waren wir ja gerade. Bücher. Hm, interessant. Aber... Welche? Weiß ich jetzt nicht. Library Key. Hm. Hi. Ich möchte eigentlich keinen Stress haben. Ich wollte eigentlich nur ein Buch ausleihen. Aber ich glaube, ihr habt das Buch nicht, was ich suche. Schade. Hallöchen. Ich möchte ein Buch ausleihen. Ok, ich werde hier eingesperrt. Das ist klar. Gut. Nice, 70. Ah! Nicht direkt eingesperrt, aber erschossen. Oh Gott. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Aha. Ja... Ja... Da haben wir schon mal Munition. Und... Ah, die Automatic Pistols haben wir auch schon. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich würde ehrlich gesagt schon gerne wissen, von wo wir sie haben. Aber gut. Das Rätsel, das bleibt unbeantwortet. Hm? Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon gehen sollten. Wir haben ja noch gar nichts hier gefunden. Gehst du alleine auf? Nein, gehst du nicht. Hier um der Ecke wird doch einer kommen, oder? Nee, aber ich höre Ratten. Ok. Ich komme da doch nicht ran. Nee. Hm. Hm. Das verstehe ich nicht. Ok. Ich sehe die Ratte, aber... Ah, ich glaube wir müssen raus und dann wieder rein. Und... Dann... Warte mal, wie wollen wir da überhaupt reinkommen? Ok. Gehen wir hier hin. Gut. Mhm. Mhm. Wann haben wir denn hier? Ich mache gerne Bum Bum. Lera, die Terroristin... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist schon nicht ihr Hobby. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Schade, wäre ein einfacher Weg gewesen. Aber okay, wenige nicht in die Luft sprengen, muss ich mir merken. Ich meine, es wäre eine Option gewesen, aber Lara hat so gar kein Interesse daran. So, dann haben wir auch das Secret hier gefunden, aber ich suche hier keine Secrets, ich suche nach dem richtigen Weg. Achso, ja. Ähm. Sieht da sehr komisch aus. Okay, dann ist es einfach nur eine komische Textur. Gut. Ich glaube, das hat irgendwas da mit dem Sprengsatz zu tun, aber ich weiß nicht was. Okay, hier ist nichts. Warum macht man dann da überhaupt einen freien Raum? Ich weiß nicht. Ich blick da nicht durch. Okay. 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 Aber Bum Bum ist nicht so drin. Hm. Okay. Okay. Hm. 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 Können wir von hier aus springen? Ja, können wir. Cool. Nein, können wir nicht. Schade. Hätte das funktioniert, das wäre sehr schön gewesen, aber man darf hier keinen Spaß haben. Okay. Dann, ähm, ähm, bin ich ratlos. Es kann ja auch sein, dass ich hier irgendwas übersehe. Ja, wir sind ja definitiv gefangen, okay. 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 Dann, ähm, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider 2 und, ähm, ja, vielleicht, äh, finden wir ja das Rätsel ist Lösung, wenn wir in der nächsten Folge einfach nochmal suchen. Bis dann, haut rein und tschüss. Bauchen. dobry. Vielen Dank.